Willkommen bei AI Digital. Ihr hört die Ansage im Flugzeug, bitte das Gerät oder das Handy in den Flugmodus versetzen. Doch hat das M250 eigentlich einen Flugmodus? Ja, hat er zwar etwas versteckt und wie ihr den genau finden könnt, das zeigt euch Alper. Viel Spaß! Willkommen bei AI Digital. Ich bin Alper und heute schauen wir uns an, wie wir den Flugmodus auf dem Gerät einstellen können. Das M250 muss natürlich auch bei Start und Landung in den Flugmodus und manchmal ist es sogar so, dass es eben tatsächlich auch während des gesamten Fluges beziehungsweise auch ausgeschaltet werden muss. Also ausgeschaltet werden lassen wir mal, das ist ja relativ einfach. Wir lassen hier einfach einmal gedrückt und dann würde sich das ganze Gerät also ganz schnell ausschalten. Und jetzt schalten wir es auch mal wieder ein. Ich glaube so schnell habt ihr noch kein iPhone oder Android eingeschaltet und ausgeschaltet. Das ist ja relativ praktisch. Ich gebe jetzt hier meine Simpin einmal ein. Das Ganze ist fertig. So, jetzt wird hier das Netz gesucht, aber da wollen wir ja gar nicht hinaus. Also das ist natürlich das eine. Ihr könnt es natürlich während des Flugs ganz einfach ausmachen. Oft heißt es aber, es reicht, wenn der Flugmodus eingeschaltet wird. Und der Flugmodus, da zeige ich euch jetzt mal, wie ihr da hinkommt. Da geht ihr einmal auf das Menü, geht dann ein paar Mal herunter, bis ihr auf den Punkt Einstellungen kommt. So, und dann gehen wir hier auch etwas weiter runter. Und ich glaube, das ist bei Sicherheitseinstellungen. Telefonsicherheit, kann das sein? Nein, da ist es nicht. Wo hatte ich das gerade? Telefoneinstellungen. Ach hier, natürlich Telefoneinstellungen und dann ganz zurück. Also Telefoneinstellungen, dann einmal wählen und dann ganz nach unten im Flugmodus einschalten. So, der Moduswechsel ist erfolgt. Fertig. Super. Und was ihr jetzt eben seht, ist, dass eben hier die Anzeige für das Netz weg ist. Es ist also im Flugmodus drin. Wenn wir das Ganze wieder einschalten wollen, gehen wir dann eben wieder rein, wählen. Dann gehen wir hier, wo war ich eben gerade? Ich glaube, ich war in Einstellungen, Telefoneinstellungen. Und dann hier Flugmodus aus. So, und jetzt ist das Ganze wieder fertig. Es wird direkt gesucht und dann wird wahrscheinlich relativ schnell wieder mein Provider auftauchen. Genau, und das Netz. Also so funktioniert der Flugmodus, wenn ihr eben mal mit dem Flieger unterwegs seid. Entweder komplett ausschalten oder aber natürlich in den Flugmodus gehen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, das war es leider schon wieder mit dem Video und Alper. Wenn euch das Thema gefallen hat, wir haben euch hier oben eine Liste hinterlegt, wo ihr euch alle Videos zu dem M250 anschauen könnt. Natürlich schreiben wir sie euch unten auch nochmal in die Kommentare. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Hinterlasst dem Kanal gerne ein Like, ein Abo, vielleicht ein Kommentar. Kennt ihr jemanden, für den das Video interessant ist? Dann schickt ihn das doch einfach und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.